Hallo liebe Musikfreunde, ich bin Arabella Steinbacher und ich freue mich sehr, euch die neue Ausgabe von Hähnle, der Violinsonate von Strauss, vorstellen zu dürfen, für die ich Fingersätze gemacht habe. Ja, was ich besonders schätze an dieser Ausgabe ist das sehr übersichtliche Stichbild, das man hier sehr schön sehen kann. Und was meine Fingersätze betrifft, habe ich besonders darauf geachtet, dass es der Klangfarbe dient, weil ich finde, dass diese Violinsonate vor allem durch die vielen verschiedenen Farben besonders auflebt. Und das bedeutet dann vielleicht, dass der eine oder andere Fingersatz nicht ganz so gemütlich ist zum Greifen, aber dennoch wird es die Klangfarben wahrscheinlich besser rausbringen. Das war jedenfalls meine Intention. Also ich wünsche euch sehr viel Spaß damit und hoffe, ihr habt viel Freude. Alles Gute! Das war jedenfalls. Und was meine Intention Vielen Dank.